Hey, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin's, Marco, und heute möchte ich mit euch über Schmerzen reden. Über Schmerzen. Und ihr denkt euch vielleicht, Marco, warum redest du über so ein negatives Thema? Wir wollen doch, dass du über positive Themen sprichst. Nun, ich werde euch ein scheinbar negatives Thema positiv darstellen, denn ich werde euch darüber erzählen, dass Schmerzen etwas sehr Gutes und Positives sein können. Ich bin heute gejoggt und ich hatte ein bisschen Schmerzen in meinem Knie. Und ich denke, gerade in solchen Fällen sind Schmerzen gut. Nicht im Sinne von Schmerzen sind gut, weil es macht mich härter, ich werde härter, sondern in dem Sinne, dass Schmerzen wichtige Botschaften sind. Schmerzen sind Botschaften von unserem Körper, die uns sagen, hey, hier ist etwas nicht in Ordnung, etwas ist nicht in Ordnung. Und dann können wir uns überlegen, okay, wie können wir mit der Botschaft umgehen? Was können wir tun, um diesen Schmerz zu erleichtern? Und in meinem Fall ist es vielleicht eine Botschaft von meinem Körper, dass ich das rechte Bein nicht so sehr belasten sollte und vielleicht meine Laufart anpassen sollte. Also das ist wirklich so eine ganz positive Botschaft. Und dabei ist es Schmerz, wovon man eigentlich denken sollte, es ist negativ. Und es gibt auch manche Schmerzen, da kann man leider nichts tun gegen. Also zum Beispiel den Schmerz, den eine Frau hat, wenn sie ein Kind gebärt, wenn eine Frau ein Kind gebärt, das sind Schmerzen, die kann man leider nicht ganz wegmachen. Das ist schade, aber es ist zum Glück so im Leben, dass solche Arten von Schmerzen, die man nicht vermeiden kann, dass es die nur ganz, ganz wenig gibt. Und die meiste Zeit fühlen wir uns entweder ganz wohl oder wir bekommen einen Schmerz und dann ist das eine Botschaft vom Körper und dann können wir unseren Lebensstil anpassen und dann wird es besser. Bis auf die Leute, die leider nicht so gesund sind. Ich hoffe, ihr seid alle bei vollster Gesundheit. Und wenn nicht, dann wünsche ich euch gute Beesserung. Und ich hoffe, dieses Video war interessant für euch und hilfreich für euch und auch inspirierend. Und ich hoffe, ich habe euch wirklich ein scheinbar negatives Thema in einem ganz neuen, positiven Licht gezeigt. Okay? Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss!